Hallo, willkommen zurück, und wie ihr merkt, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Aus dem Grund, weil der letzte Part so nervig war. Gut, wir wollten uns einen Partner für dieses läppische Take-Turnier holen. Wir wählen den hier, der ist recht gut für lange Duelle, was auch wahrscheinlich passieren wird. Denn er fügt das Stärke an seinem Deck, er fügt den Gegner durch Karten und direkten Schaden zu. Also wirklich direkten Schaden, wie zum Beispiel Himo-Tama oder sowas. Und ja, das ist eine gute Technik für lange Duelle. Nun gut, er fügt uns 800 Schaden zu, das ist eine von den Karten, was er hat. Hier ist noch eine, wir picken 1000 Schaden, eher allerdings 500. Er spielt die Karte nochmal, und ihr seht's schon, auf was sein Deck spielt. Aber wir müssen es irgendwie kleinkriegen, damit wir ihn als Tag-Partner bekommen. Ich bin mir sicher, hat Deskoala verdeckt gelegt. Aus diesem Grund spiele ich jetzt mal Nachladen. Deskoala, wenn die geflippt wird, fügt die, ähm... Und fügt die, wie soll ich sagen, uns 500 Punkte für jede, ne, 400 Punkte für jede Karte auf unsere Hand zu. So, jetzt haben wir Befreiung, ähm, gespielt. Jetzt können wir Gilfords, äh, Gehfried, den Schwertmeister, speziell beschwören. Und wir greifen mit ihm einfach gleich an. Riesenkeim, okay. Die ist... Auch fies. Wenn die zerstört wird, verlieren wir 500 Lebenspunkte. Außerdem kann er sich zwei... Weitere vom... Aufs... Aufs Feld rufen. Hat er aber grad nicht gemacht, was mich wundert. Na ja, unser Gilfords... Ja, okay, jetzt... Er hat wahrscheinlich eine Falle gespielt. Dann kommt jetzt unsere Falle. Er hat bestimmt auch Fallen, die uns direkt Schaden zu fügen. Na ja, jetzt haben wir selber eine eigene Fallenkalle gezogen, die wir nicht verwenden können. Gut, ich greife weiterhin mit Gilfords an. Oder Gehfried. Ja, hier ist eine zweite, deswegen konnte er keinen spielen, weil er den anderen auf der Hand hatte. Ja, wir finden weitere 500 Punkte, aber jetzt greifen wir ihn dafür direkt an. Das reduziert seine Lebenspunkte auf 5200 und ich beende meinen Zug. Ja, das fügt uns wieder Schaden zu, direkten Schaden. Na ja, kann nicht nur solche Karten im Deck haben. Ich wette, er hat wieder einen Riesenkeim für Deck gespielt. Na ja, gut dann, ähm... Switchen wir unsere, ja, legen wir die Falle auf den Friedhof. Verstärken unser Monster hier um 500 Angriffspunkte. Hat jetzt 5, äh, 2300. Damit greifen wir seinen Riesenkeim an. Jep, er hatte 3 anfangs auf der Hand. Wir kriegen zwar wieder Schaden, macht aber nichts. Was, also der Effekt wird annulliert, was? Durch was denn? Cool, aber ich weiß nicht, warum der Effekt annulliert wurde. Na ja. Gut, ein direkter Angriff noch und wir haben gewonnen. Und das ging recht schnell. So, was hat er? Er hat gar nichts. Gut, wir haben gewonnen. Selbst wenn er eine Falle hat, kann er den Angriff nicht abwehren, weil seine Fallen nutzlos sind. Und ich kenne keine Zauberkarte, die ihn Angriff verhindern kann. Außer Feindkontrolle, aber der hat er bestimmt nicht drin. So, Sieg für uns. Nach 4 Minuten, nicht schlecht. Gut, jetzt können wir ihn zum Take-Partner machen. Vorm Take-Team. Oh mein Gott, ein Geist! Wir sind besessen! Ops, scheiße, jetzt habe ich meinen Emulator verzogen. Fuck! Was, wollte ich gar nicht. Moment. Äh, wie zurechtest du die richtig rum? Scheiße, wie meint es jetzt? Wie habe ich den jetzt verzogen? Ich glaube so, ne? Na, jetzt ist es nicht mehr im Bild. Scheiße, ich stopp mal kurz und richte das Ganze in Silberungsreich wieder. So, hier bin ich wieder. Ich habe es jetzt gerichtet. Hoffentlich seht ihr mein Bild noch. Kann es sein, dass es irgendein Bug war. Naja. Also, wir haben jetzt einen Take-Partner. Gehen wir uns anmelden? Ops. Mann, was sind Leute los mit mir? Open the door. Gut. Wir müssen hier nach links. Mit lecky Geschwindigkeit, die langsam dauert. Oh, ich laufe in Zeitlupe. Oh, ich laufe so schnell. Öffnet die Tür. Oh, ja. Das ist das Stadion. Meine Damen und Herren, das Tag-Team-Turnier beginnt in jedes Kunde. Öff. Entries are now being accepted for the tournament. Ich glaube, ein... Einen... Ähm. Bewerbungen werden angenommen für das Turnier. Wenn ihr euch registrieren möchtet, redet mit mir oder sowas. Jetzt redet er mit dem einzigen Menschen, der hier ist, nämlich mich. Da hätte er nicht im Plural reden müssen. Also in der dritten Person. Oder nee. Welche Person ist es? In der Plural-Person. In der Plural-Person. Willkommen in Duelland. Mettet du euch für das Tag-Team registrieren? Ja. Ja. Ja! Quatsch nicht! Ja! Ja, so, das erste Match. Hoffentlich gewinnen wir. Hier sind wir nun. Im Tag-Team-Turnier. Lass uns... Äh... Was ist das? So, das erste Match. Figaro und Corsair. Versus! Kevin, LP und Echio! Let's go! Zeit für ein Duell! Bitches! Figaro, klassisches Deck. Kors, modernes Deck. Kevin, LP. Kriegerdeck. Echio, schaut an Fett! Oh Gott, okay. Äh, fangen wir als erster an. Hoffentlich fängt Elgeo als erster an. Das ist, glaube ich, zufällig, wer anfängt von dem Partner. Ah, wir fangen insgesamt an, okay. Und wir haben Befreiung gezogen. Ach, wie schön, haben wir gute Karten. Naja, gut. Verstärkung für die Arme. Und holen wir uns... Ähm... Moment, muss man mal mein Blatt kontrollieren. Wem holen wir uns denn? Dann... Ja, kommen die, die Kriegerin. Was soll's? So, jetzt kommt's. Plündernder Captain. Effekt von Plündernder Captain. Wir können einen Kriegermauster durch Stufe 1 bis 4 Spezialbeschwören. Und uns Gear Freeds. Spiel in Befreiung. Wir opfern unseren Gear Freeds. Und können Gierfried, der Schwertmeister, von unserer Hand Spezialbeschwören. Wie vorhin schon. Jetzt kommt unsere Falle verdeckt und wir beenden unseren Zug. Perfektes Platz. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine Blitzeinschlagkarte. Psy-Station. Hätte ich nicht gedacht, dass er die hat. Okay. Monster. Wiedergeburt. Er holt sich Gierfried von unserem Friedhof. Er opfert das, nehme ich an. Oh, okay. Er greift unserem Käpt'n an. Macht nichts. Wir haben ja nur gespielt, um unseren Gierfried zu spielen. Damit wir mehr Angriffskraft haben. Okay, er ist jetzt ein Monster verdeckt. Und eine Verhekte Falle in KD. Aber... Ich glaube, mein Partner ist so blöd und greift an. Deswegen, sicherheitshalber, die Fallenkarte ist so. So hat er jede Menge Schaden zu viel Karten. Ja, aber... Es war keine Falle, es war... Fuck. Mystischer Rom-Teilfon. Aber der Vorteil ist, kann er wieder seine Fallen spielen. Und er kann sogar angreifen. Weil ich jetzt weiß, dass der Gegner keine Fallen mehr hat. So. Ähm. Ja. Gierfried. Gierfried zerstört Gierfried. Er hat sich selber zerstört. Und jetzt lässt er seine verdeckten zwei Fallen. Sehr schön. So hätte ich es auch gespielt, wie er. Das ist der Zwergschin-Tron. Zerstörungstron, oder? Ah, okay. Der Gegner hat 2.000 Lebenspunkte uns um unsere... ...Axt der Verzweiflung. Er erhöht die Angriffskraft um 1.000. Was macht er jetzt? Aha. Er kann immer 1.000 Lebenspunkte opfern und einen Zauber der Feindkalt zu erstellen. Aber es ist doch scheiße, der Effekt. Naja. Unser Gierfried ist stärker. Ja, und er hat die Sprengkugel angegriffen. Hehehe. Rüstet ihn aus. Und wenn er wieder dran ist, wird sein Monster zerstört. Und die Angriffspunkte seines Monsters werden von seinen Lebenspunkten abgezogen. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil er es geopfert hat. Naja, gut. Was? Warum? Arschloch! Das kann ich nicht ziehen. Oh, man. Ich hasse ihn. Los, Gierfried. Greif sein verrecktes Monster an mit Schwertiebattacke. Sein Beauftragter Blitzdämon. Damit beende ich meinen Zug. Okay, ich bin dran. Ich beschwöre Psy-Schnecke und rüste ihn mit der Psy-Station aus. Zahle 500 Lebenspunkte und erhöhe die Angriffspunkte eines Monsters. Jetzt kommt Psychokinese. Das zerstört dein Monster, führt mir aber tausend Schaden zu. Und es greife ich dein Monster an. Es ist die Kriegerin. Der Effekt von die Kriegerin. Wenn sie zerstört wird, wird das Monster aus dem Spiel genommen. Das es zerstört hat. Ich kann den Effekt aktivieren. Muss ihn aber nicht. Aber ich mache es trotzdem. So, und jetzt Partner. Mach diese Schweine fertig. Oh, Dimensionsweil. Ja, okay. Keine Ahnung, was der Name von der... Äh, Falle ist. Auf jeden Fall ist es eine schöne Falle. Denn jetzt greift ihr uns an. Und der Kampfschaden, den wir bekommen würden, kriegt stattdessen eher. Äh, finstere Bestechung. Annuliert den Effekt und wir dürfen eine Karte ziehen. Crap. Du Niete! Das hätte nicht passieren dürfen! Oh, Charmantrio hätte er wenigstens noch verdeckt spielen können. Na toll. Mystische Schwertkämpfer Level 2. Gut, wir können den nur verdeckt setzen und sonst können wir nichts machen. So, was macht er jetzt da? Er greift unseren mystischen Schwertkämpfer an. Wir können nichts machen. Die aktiviere ich erst, wenn er drei Monster auf dem Feld hat, dann gewinnen wir nämlich. Eigentlich hätte ich es ja jetzt eigentlich auch aktivieren können. Er hätte nur noch, ähm, 700 und es wäre ein Klacks für unseren Partner, die auszulischen. Ich glaube, ich aktiviere sie trotzdem. Es gibt ja sogar 1000 Schaden. Das ist natürlich schön. Es hat dann noch 200 Lebenspunkte. 200 Lebenspunkte bleibt ihnen nur noch übrig. Jetzt könnt ihr auch Charmantrio spielen. Der Effekt von Charmantrio gibt dem Gegner drei C-Marken. Und immer wenn eine C-Marke zerstört wird, fügt es dem Gegner 300 Schaden zu. Und jetzt aktiviere die Falle. Sehr schön. Hahaha. Oh, noch so Ketten-Explosionen oder weiß ich nicht. Fügt denen pro Kette 400 Schaden zu, ja. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Aus diesem Grund habe ich diesen, ähm, Partner auch gewählt. Weil er Duelle sehr schnell beenden kann. Mit seinen Effekt-Karten. Juhu. Kevin AP und LGU sind die Gewinner. Oh mein Gott. Hey. Hey, im Glück wirst du sein. Zu deinem Sieg. Äh. I knew you showed up here. Ich wusste, wie du es jetzt schaffen. Sorry für mein schlechtes Englisch. Was? Warum ich auch reingehe? Äh. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh. Nehmen die auch im Turnier teil. Und das ist sein Partner, Bolt Tanner. Den wir auch im Knast kennen. Hallo Knast-Bohler. Wie geht's dir denn? Gut, dann speichern wir. Und bestreiten unser zweites Duell. Das Halbfinale beginnt gleich. Bist du bereit? Natürlich. Hier sind wir im Halbfinale. Äh. Äh. Ein Paar. Ein Paar mit einem guten Performance in ihrem letzten Duell. Kevin L. Als wären wir schwul, sagt er das. Als wären wir schwul, echt. Boah. Bolt Tanner. Und Blister. Hey Blister, du bist mein Partner, du Verräter. Äh. Schau mal, wie der grinst. Und schau mal, wie der grinst. Oh mein Gott. Diese Visage werde ich das Rest meines Lebens nicht mehr aus dem Gesicht kriegen, ey. Boah. Und hier grinst er auch noch. Grinsebacke. Mr. Grinsebacke. First to go. Fangen wir als erster wieder an. So, wir ziehen. Naja, wir ziehen. Hm. Was können wir aus den Karten machen, die wir auf der Hand haben? Naja, spiele ich erst einmal die verdeckt. Wir können die nicht in Eingriff spielen. Das ist der Effekt von neben der Karte. So, und die zwei jetzt verdeckt. Falls irgendwas ne Schweinerei vorhat, haben wir immer noch die hier. Schwere Stimmen heben wir uns fürs erste auf. Und Gaia spielen wir erst. Irgendwann, wenn wir keine Karten mehr auf der Hand haben. Außer ist sie natürlich. Ja, er hat zu riesen Lock gezogen. Greift wahrscheinlich an. Muss er ja. Die Karte muss immer angreifen. Oder? Musst du nicht? Na, okay. Ich wundere, dass er nicht angegreifen hat. Naja, aber gut. Erst einmal fügt mein Partner ihm Schaden zu. Im Wert von 800. Ich stelle mal die Maus weg, so. Und er setzt... Pfff. Ja, setzt unser Feld voll. Was hat er genommen? Staubtonale nach. Welche wirst du jetzt wählen? Ja, okay. So, was macht er denn jetzt, ne? Trilloyd! Scheiße. Ich weiß, was er vorhat. Ah, ja. Sehr schön, dass er die gespielt hat. Denn sein Monster hätte uns dann direkt angreifen können. Aber gut. Also unsere Lebenspunkte, meine ich. So, er hat mir mystische Schwertkämpfe angegriffen. Der Effekt von Trilloyd zerstört ein verdecktes Monster, egal wie stark es ist. Und er greift immer noch nicht mit seinem ließen Organ. Was für ein Viking. So, jetzt, wie wieder dann? Nja, Wario Lady. Pfff. Äh. Hm. Soll ich die aufdecken? Ne, ich glaube noch nicht. Ich glaube, die Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, um diese Karte aufzudecken. Waffenstillstand. Heftig. Die ist heftig. Ich liebe ihn. Aber nur im bildlichen Sinne. Hehehe. So. Ich spiel mit Dunkellingeln und rüste ihn gleich mit unserer Falle aus. Hat daher jetzt auf 2300 Angriffspunkte. Jetzt greifen wir seinen Trilloyd an, weil das eine Gefahr für unsere verhebten Monster darstellt. Oh nein, eine Fallenkarte. Ich hab solch Angst. Weck mich doch am Arsch. Ah, okay, dann bist du eben zerstört. Was soll's? Endphase. Nichts. Manfist 2. Endphase. Oder Manfist 2. Hm. Endphase. Ich hätt' doch Manfist 2 nehmen sollen. Ich werfen wie unsere schwere Sturmab, nehm' ich an. Fuck, er hat immer noch sein Drilloyd damit. Okay, er hat's geopfert. Huh, bin ich erleichtert. Rote Ohr, kenne ich gar nicht. Oh nein. Das ist nicht gut. Er legt eine beliebige Anzahl von Karten auf den Friedhof und zerstört unsere Mund. Gibt's ja auf die Hand zurück. Cool. Oh mein Gott, das ist der Fick cool. Und jetzt fang ich schon wieder an zu nerven oder mit zu, ähm, zu, zu, wie nennt man's, wenn man versucht, das traurig, das, äh, das Wütendsein zu vermeiden, indem man lustig ist oder was weiß ich. Oh nein, nein, spiel sie nicht. Ja, jetzt kriegen wir 500 Schaden. Danke aber auch. So viel Lebenspunkt, der Hammer gar nicht mehr. Na, ist schön. Wenn da ein Monster spielt, dann haben wir verloren. Seufz. Seufz! Seufz! Und ich fang wieder an zum, ich nenne das, jetzt finde ich ein Wort dafür, wie man das nennt. Heronisch, ich nenne das heronisch. Jetzt werde ich wieder heronisch. Oh Gott, wir haben verloren. Und wir fallen wieder hin, oh, macht zum hundertsten Mal. Gut, dann machen wir es nochmal, wir haben ja die Zeit der Welt. Bla, 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 bla. Hey, hey. Hey. So, nehmen wir mal Platz. Nehmen wir mal neue Platz. Papier. Ein schönes Blatt Papier. Okay. Jetzt fängt er an. Jetzt unser Partner wird dann dran kommen. Descoala, Ojama Trio. Wieder so ne Burner-Zauberkarte. Ja. Riesenkeim-Tollkönigier, die er nicht spielen wird. Sonst muss ich wieder darunter leiden. Nein, die spielst du nicht, die Falle. Denk nicht mal dran. Die spiel nämlich ich irgendwann mal. Ojama Trio. Ojama Token. Ojama Token. Ojama Token auf seiner Spielfeldseite. Ah, nette Kombi, nette Kombi. Er hat vier Monster auf dem Spielfeld und die Falle, wo er gespielt hat, fügt ihm 500 pro Monster zu. So, die Ojama-Spielmarken kann außerdem nicht opfern. Sind daher gute, ähm, Platzhalter. Oh, Descoala fügt ihm auch wieder weitere, viele Schaden zu. Nämlich 400 für jede Karte auf seine Hand. Hat nur noch 3000. Gut, jetzt sind wir wieder am Ziel. Zug. Hm, ich hätte ne Kombi, ist aber riskant, der drei Karten auf der Hand hat. Aber was soll's, ich spiel mal Taser, der Zapper. Wo ist die mit der Fusionsklinge aus? Er hat seine Anguskraft so ein 800. Hat da ja ein Angus... Boah. FU. Gut, dann holen wir sie uns wieder. Zähne ich doch nicht ein. Meine Funktion klingt einfach so auf m Fädel, mit Staub dann. Okay, dann greifen wir seine Ojama-Tokens an und fügen ihm Schaden zu. naja immerhin hat er jetzt seine beste falle verschwendet jetzt ist er wieder drin na was kommt jetzt die sieges karte ich spiele diese karte um das duel zu gewinnen er spielt eure leute und greift uns direkt an das wird unsere lebenspunkte reduzieren und zwar gewaltig unser partner hat nicht mehr viele karten auf der hand genau genommen nur zwei oder drei in dem fall der ist koala würde dem gegner 400 x 4 sind 1600 schaden zu fügen würde aber für einen sieg noch nicht reichen aber ich glaube wir kommen noch durch den nächsten zug also ich werde noch dran kommen wenn der wenn unsere gegner nichts böses vorhaben ja ich habe den effekt von beleuchtet vergessen zu stürzen monster aber trotzdem gewinnen wir im nächsten zug werde ich die falle spielen die er gesetzt hat und wer aktiviert jetzt brav sehr brav so jetzt müssen wir alles auf eine karte setzen jetzt ziehen wir mal zwei ding 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 setzt alle gegnerischen monster in die verteidigung juhu 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 und sie können nicht geändert werden die verteidigung hatte ja koki eigentlich egal gut spielen wir den mystischen schwertkämpfer level 7 m ja kommst jetzt spiel ich noch zu fusionsklinge auf ihn was soll es wenn seine angriffskraft hatte 1600 es kann auch hier der effekt von dem wir können wenn es angreift zerstört und verdeckt das monster ähnlich wie drill drill leute glaube ich war das ne so und endphase na was machst du jetzt was machst du jetzt er macht gar nichts es ist nur ein meute von zu verdeckt dass du nicht aufdecken kann so lange meine zauberkarte aktiv ist spiel des koala verdeckt bitte spiel des koala verdeckt sonst schlage ich dich ich bin stolz auf dich junge zum ersten mal in meinem leben okay ist es taktisch unklug das der matazzo zurück holt weil er die hälfte seinen lebenspunkt dafür opfern musste aber matazzo kann zweimal angreifen aber wenn uns das koala aufdeckt also wenn wir ihn aufdecken haben wir schon fast gewonnen ja wir müssen überspringen wegen unserer falle und unsere zauberkarte machten abgang flippen wir unseren koala halüchen und das koala erblickt das licht der welt so und er zugreifen wird in sein und er einmal an das wird die für nicht stimmen so jetzt schauen wir für den 300 schaden zu und wir gewinnen ganz genau so dann nur lebenspunkte sieg für uns oder für mich er ist ja nur ein computer dieser läppische schwarze stimmt der ist schwarz habe ich gar nicht gemerkt nach ist das schön schwarz und weiß kämpfen gegen miteinander gegen die anderen also rassismus kann man mir nicht vorwerfen so das letzte duell schwarz und weiß gegen zwillinge wer wird gewinnen die zwillinge oder du aus schwarz und weiß gut ich bin gespannt und ich hoffe ich muss nicht wieder überziehen wie im letzten mal und ich hoffe es dauert nicht wieder so lange aber wir haben ja den schwarzen er wird sehr viel kampfschaden zufügen ich sollte den schwarzen sagen sonst wird es vielleicht doch noch irgendwie rassistisch also ich bin kein rassist ne ich ich bin gar ich bin gar kein nazist oder nazis nazi oder was weiß ich ich bin ganz einfach normal also kein nazi kein gar nichts so setzen mir die verdeckt damit wir unsere nachladenkale finden können ohne dass wir die unsere fusionsklinge ablegen müssen so was kann unsere falle noch zusätzlich verdeckt endphase jetzt bin ich spannend was luna jetzt macht luna sitzen weckte und eine weiter verdeckte ist ja nicht gerade beeindruckend so was hat unser schwarzer freund ja gut nein hätte ich nicht gemacht hätte ich nicht gemacht jetzt nicht ausgerüstet weil der effekt von goblin ersetzen müssen die verteidigung und das ist viel zu schart darum diese karte extra zu opfen weil goblin angriffskraft hat ich schon eine hohe angriffskraft verschwender und jetzt nicht noch ist er bescheuert ich habe das extra vorhin gelegt um damit ich sie nicht ausrüste naja und jetzt rüstet das einfach aus naja das hasse ich so an takes müssen wir zum glück dann später nie wieder mal das ist unser letztes tag duel wenn wir gewinnen blasssphäre ausrüstung und du opferst es diesmal nicht sonst bin ich wütend sehr schön so ist irgendwie wieder dran so unser feld ist voll können wir da ja nicht mehr nichts mehr machen aber da ich nicht untätig was machen was nicht machen willkommen ist unsere falle so jetzt greifen wir sein radio an ich habe radios schon immer gehasst also radios endungen deswegen zerstört jetzt einfach wartet ist ich glaube ich jetzt nicht machen sollen das war ja ausgerüstet habe ich ganz übersehen aber egal so das war die revanche weil mein partner schon scheiß gemacht hat jetzt mache ich halt auch ein scheiß vergleichte es wieder aus minus und minus ist plus oh gott ich hasse radios geh weg mit deinem radio ja und geh weg mit einer pixie ich habe märchen filme schon immer gehasst mit fehlen oder was weiß ich ja gut bitteschön zerstört ruhig hat ihn nur 0 verteidungspunkte ja jetzt was zerstört na schön 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 ich geb's zu aber jetzt so pass auf das greifst du dich noch selber an ich mach mir nur sorgen um dich ach scheiße unsere eigene volle unsere eigene volle hat uns ausgezweckst ich bin so scheiße ich weiß und unser Partner hat nur vor allem ich bin echt reingefallen ha 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 und jetzt kommen die lahmen Witze von mir wieder zurück das ist die erste ähm das erste es gibt drei Anzeichen für das ist mir langweilig für das erste ähm die erste Zeichen ist ähm ich werde langweilig mit meinen Witzen zweite zweites Ding kommt erscheint noch ich werde wahrscheinlich lachen wenn ich verliere oder so und die zweite Sphäre ist das hier ich kommentiere für lange Zeiten nicht mehr he 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 und die vierte ist das hier nur zum Beispiel jetzt bin ich gerade kurz vor phase 2 wegen mir haben wir verloren aber egal aber wir haben jetzt eine stunde okay dann bis zum nächsten part dann schaffen wir die zwillinge bis dann servus